Willkommen! Neue Folge! Wir drücken gleich auf Übersprung. Wir drücken gleich auf Übersprung. Ja, eh, dich angucken. Wir machen einfach schnelles Andocken und los geht's. Wir haben ziemlich wenig Schiffe, muss ich dazu sagen. Also viele Ressourcen waren hier nicht mehr einzusammeln. Naja, wir gucken mal, was wir als nächstes... Wir tun werden, wir sind kurz davor nach Hause zu kommen, ne? Sehe ich gerade, auf der Map da unten. Also wir sind fast am Ziel. Geh mich in die Schiffskraft in Kairos. Oh nein. Ich bin ein Derelect. Es ist ein Relay, den ich mit deiner Hilfe benutzen kann. Die Rebellion wartet für mein Sein, um in die nächste Phase zu gehen. Hyperspace-Transition complete. Wir sind nach Karros gekommen. Ach, da kommen die auch mal hinterher. Noch ein Musik. Der Kommunikationsrelay ist hier. Ein Führer oder Korvette muss mit dem mit den Link erstellen. Was für ein Ding? Okay. Jäger oder Korvette. Von hier ab von Jäger. Bauen mal. Warte mal. Was ist das da hinten? Oh, das Automat. Na, kann ich aber nicht. Ähm. Gucken wir mal, ob wir bauen. Korvette. Ressource-Kollector erwartet. Konstruktion in der Weg. Mario-Kanonen-Karvet. Mario-Kanonen-Karvet. Na, unser Rohstoff-Sammler. Ich hab noch ein paar gebaut. Einmal damit wir welche haben. Karros-Autopater. Karros-Autopater. Ja. Die Mutti-Karvet ist komplett. Karros-Autopater. Karros-Autopater. Wohin sollst du? Oh, oh. Karros-Autopater. Ich wette, dass es nicht... ... sehr gut wird. Standing by. Hm. Nein, ich brauche. Komm, jetzt, um zu Ende zu Ende. Hm. Ich bin jetzt in der Mitte. Ich bin jetzt in der Mitte. Rett. Karros-Autopater. 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 Ja. Ah! Wie ist es? Ah! Oh! Noch ein bisschen! Richtig! Das war's. Das war's. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr kann. Ich muss auch nicht mehr sagen. Ich muss die Einigkeit machen. Ich muss das hier wieder hochgehen. Was ist das? Das ist ein bisschen weniger. Das ist ein bisschen mehr. Ich muss das hier aufpassen. Das ist das nicht mehr. Ich muss die Einheit aufpassen. Aber wir haben keine neuen Taten. Streitgruppe, vorbereiten für Assault. Ich wusste es. Scheiße. Los, greift an. Gruppe 2. Streitgruppe, vorbereiten für Assault. Gruppe 1, stand bei. Geht auf die Geschütze. Mach den fertig. Streitgruppe, attack order confirmed. Gut. Los, los, los. Mist. Was? Wieso? Wollte ich mich verarschen? Ich weiß nicht, ob das Überraumtor zerstört und dann biebt er sich trotzdem nach oben. Det книge. Fahrasch! Hm. Da vehement sie sind. Wie findet ihr? Wie kommt 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 ihr? Naik! Aiko kam... Aiko kam... Aiko kam... Aiko kam... Sorry... Nein, ich hab noch nie gesagt. Ich hab noch nie gesagt. I bochen! Ich bekomme es... Ich bin schon wieder fahm. ... Ich bin schon wieder gefühlt. Ich bin schon wieder gefühlt. Ich bin schon wieder gefühlt. Das ich könnte ausstecken. Ihr könnt mich behalten. Ob es nicht getroffen hat,說 es nicht könnte. Are Iруз der, ich könnte herausfinden? Leih, dass du das nicht schaust was? Na ich hab die draft! Das geschmeckt! Mein ich hab' mit! Mein ich habe mit! Ich hab wieder die Schachtel... Soll ich die Super-Ford stehen, naja... Ich hab wieder nur große Spiele gefangen. Okay... Das ist ein Glühenspieler. Das ist ein Krisenballer. Ich hab wieder einen Schachtel. Das ist ein Schachtel... Das ist ein Schachtel. Gute Jochen, ich bin wieder da. Die wette, ja nicht alles! Nein! Nochmal, du hast es mit Brüttn gehgerufen! Was weiß noch. Was ist denn? Gut. Gut, ich bin wieder da. Gott, genau! Chau sich nicht nur! Sag dich nicht nur, dein Haus! Was macht denn? Wohin? Warum? Ich bin da! Mach das jetzt wirklich wieder! Besser! Ich sage, ich gehe beim Wasser, was wir machen. Magisi, unterbreiten! Was? Wo gibt's denn eine? Da! Ich bin schade, ich sagte! Was ist denn das? Ah, was! Ihr seid nachher. Geben wir los, dann. So, steu weg. Noch noch nochs. Hör doch noch mal die Blumen! Siehst du, ich hab's mit, Alter! Was? Alter, das ist weg! Komm! 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 Ich bin noch mal so, was ich kasse. Nur bin ich kratzen. Wie geht denn? Vergeht noch nicht, also nicht. Nicht den Kommentaren, ist er so süßig. Du hast einen Kommentar, die sind dann gleich in einem Teil von oben. . Du bist hier einfach nur in einem Teil von dem, was du zu bauen. Oh! Hm! Auf der Hauptgabe, eine Führung. Ich kriege alles, was ich jetzt hier einfach habe. Was wäre denn so? Ich wäre nicht mit den Problemen, was ich jetzt nicht. Ich würde nicht mehr schlafen, was ich jetzt hier so habe. Hier ist das Geschütz. Wo fliegt ihr hin? Wo fliegt ihr da oben hin? Warum greifst du jetzt da unten an, wenn ich das da anklicke? Was ist das für ein Kack? Ich check das nicht. Und warum hast du das als Visiten? Warum greifst du es da nicht an? Was ist das für eine Logik? Er steht da oben nur rum und guckt da auf das Ding drauf. Er macht nichts. Was ist das für ein Kack? Du bist ein Anti-Fregattenschiff. Da greifst du den wahrscheinlich nicht an. Aber greifst du den trotzdem an. Was soll das? Nee. 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 Das geht einfach nicht. Das ist so dumm. Das ist einfach nur dumm. Sonst nichts. Fortschritt. Närste, dass wir die Schütze auf den Schürzen. Dass wir die Schürzen nicht mehr mit der Schürzen nicht mehr mit der Schürzen nicht mehr. Der Geschütze hat er nicht mehr mit dem Schürzen nicht mehr. Das ist einfach nur ein Kack-Kack. Oh nein. Wunderlich. 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 Da kommt noch mehr an. Da kommt vier. Was am Leben? Mach ihn. Was am Leben? Oh, was? Da ich auch. Alles ist rum. Wunderlich. Was heißt das denn? Das ist gut. Nein. Ich bin noch nicht. Das ist gut. Das ist gut. Entsche ich jetzt übermelden? Die Sprecher trifft. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. coat ich mein Meter. Ich bin noch nicht. Ich will das nicht zerstören. Ich will das brauchen. Ich will das nicht zerstören. Copy, docking underway. Aber wenigstens die Teil der Aufgabe erfüllt. Ich bin in. Kommunikationslink eröffnet. Ich bin in. Die Taitan-Resistenz hat sich über Ihre Aktionen informiert und die Flächen vorbereitet. Sie haben unsere Danken. Die Hyperspace-Koordinaten, die Sie brauchen, haben zu Ihrem Mothership transportiert. Auf Wiedersehen. Hyperspace ermöglicht. Okay, der holt ab. Wir können jetzt raus. Ich weiß, wir haben die Mission echt geschafft. Das war aber auch nervig. Ich kann aber auch nichts abbauen hier. Gruppe 9, Copy. New Heading Set. Ich kann zwar da hinfliegen, aber es bringt mir ja nichts. Das ist echt schade, dass man hier nichts abbauen kann. Na gut, dann. Wir machen hier Folgenende natürlich, habe ich ganz vergessen. Ja, war eine sehr dämliche Folge im Rage-Mode hier, aber es war echt nötig mit dem Wächter. Vor allem mit der Dummheit der Tschüss-KI. Na gut, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann geht es endlich mal weiter hier. Also, bis dann. Tschüss.